Hey Leute, ich habe übrigens in letzter Zeit sehr viel im Zen-Garten gearbeitet. Wollt ihr mal meine harten Arbeiten sehen? Tja, too bad, ihr werdet trotzdem reingucken. Ihr habt richtig gehört, Leute, denn heute werde ich euch in etwa, beziehungsweise einigermaßen gut zeigen, wie denn eigentlich der Zen-Garten so funktioniert. Manche Clips, die ich aufgenommen habe, sind aber schon etwas älter, deshalb nicht wundern, wenn Dinge wie Audio oder Anzahl an Pflanzen etwas anders ist. By the way, für die, die nicht verstehen, wie der Zen-Garten funktioniert, ihr kauft einfach Pflanzen oder ihr verdient euch Pflanzen, indem ihr einfach ganz normal Minispiele oder Spielmodi spielt, manchmal eher selten, aber manchmal droppen auch Zombies, so Pflanzen, ihr kriegt einfach drauf, ist so ein Geschenk oder halt manchmal auch so halt so Toppflanze, da kriegt ihr einfach drauf und dann wird es hier irgendwo erscheinen. Das habt ihr auf jeden Fall, da könnt ihr einfach auf eine Pflanze gehen und dann könnt ihr die verkaufen. Die sind jetzt noch klein, deshalb verkaufen, kriege ich jetzt für die noch nicht so viel. Manchmal, wenn die halt groß geworden sind, hierdurch werden die dann größer, dann müsst ihr mal gucken, was sie so in der Sprechblase haben, wenn die sagen, ja, ich will das jetzt haben, dann müsst ihr das geben. Und dann macht, ja, ich will dieses Ungewichtstiefer-Spray haben, dann wollt ihr das, wenn ich den Lünger. Manchmal wollen die auch hier Musik hören, dann müsst ihr einfach so draufklicken. Das hier ist gut, weil das verbraucht nicht, das kostet zwar sehr viel, aber das verbraucht nicht. Aber ich fahre mir gerade kurz ein wenig Geld, damit ich gleich noch mehr Pflanzen kaufen kann, weil man kann pro Tag drei Pflanzen bei Depi-Dave kaufen, kostet eine Pflanze 2k und 500, ja, genau. Und ich habe gleich 2k für 400, ja. Bei Depi-Dave hier kann man nur normale Geldblumen, diese hier pflanzen. Die hier, die sind nicht so viel wert, wenn man die verkauft. Also, wie seht ihr hier? Für 3k jetzt die hier. Die hier wahrscheinlich auch, leider sind, glaube ich, alle 3k wert, wenn die voll ausgewachsen sind. Aber sowas zum Beispiel, 8k, die sind viel, viel mehr wert. Aber die kennt man, glaube ich, nur, wenn man Minispielen oder sowas spielt. Ich wollte nur kurz sagen, ja, da bist du auf jeden Fall wirklich Bescheid. Und dann viel Spaß, Geld zu farmen. Das kann man nämlich auch nebenbei machen. Hä, das wusste ich gerade nicht, das ist voll nützlich. Ich kann einfach rausklicken, kann jetzt zum Beispiel hier auf YouTube meine Videos gucken, das ist super. Ja, das ist echt nützlich, da kann man hier die ganze Zeit farmen. Gut, dann werde ich jetzt noch ein paar Pflanzen hier farmen, was auch immer. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Glück mit den Pflanzen. Bis zum nächsten Mal. Und nun werden wir ein paar Pflanzen bewässern. Und dann werden wir ein paar Pflanzen bewässern. Und dann werden wir ein paar Pflanzen bewässern. Und dann müssen wir ein paar Pflanzen bewässern. Und dann werden wir ein paar Pflanzen bewässern. Und dann können wir ein paar Pflanzen bewässern. Oder wir werden die Pflanzen bewässern. Und dann haben wir ein paar Pflanzen bewässern. Das ist ja, da sind wir drüben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020